Technik, Informatik und Wirtschaft. Mein Name ist Charlie Gerber. Ich bin Riman Bitschin. Hey, ich bin Jonas und studiere Wirtschafts-Erschen auf dem Wesen. An der Baden-Foch-Geschule. Ich bin Biel. Bio ist im Fall der perfekte Standort für Wirtschafts-Erschen zu studieren. Wir sind so nahe an der Praxis. Schon jetzt habe ich so viele Kontakte mit Wirtschaftspartnern knüpfen. Nach dem Studium ständisch sämtliche Porten zu allen Branchen offen. Die Wirtschaft kommt heute. Wir sind die Problemlöser in mehreren Disziplinen. Oder ich gründe nach meinem Studium einfach mein eigenes Start-up. Die Mathematik ist die Grundlage für alles. Kopfanbauung zu wechseln. Get used to discuss in Englisch. Und im Falle, mach ein Auslandssemester. Die beste Erfahrung, die du während dem Studium machen kannst. Die Die Vielen Dank.